Und wieder ein Mord. Okay, sie vertrauen uns also überhaupt nicht. Es vermeiden, in den Raum zu blicken. Bei dem Schiffsgeschaukel und Blutgestank ist sie ein wenig übel. Na, mir ist nicht übel. Dich umblicken und fragen, was passiert ist. Okay, das stimmt. Fragen, ob du bei den Nachforschungen helfen kannst. Fragen, ob er den Toten kannte. Innehalten. Immer fragen, ob derlei häufiger vorkommt. Nein, ich wollte noch mehr fragen. Shit, hätte ich doch das andere genommen. Darf ich da reingehen? Magister Wurden? Was? 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 Vielleicht. Ja. Mit den Schultern zucken und sagen, dass auch das möglich ist. Immerhin bist du eine Quellenmagierin. Sie sagen, dass das ein Trick ist, den du noch nicht recht gemeistert hast. Fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Es könnte durchaus einer von ihnen gewesen sein. Echse sagen, dass du nicht vom Haus der Träume abstammst. Wenn du schläfst, dann richtig. In der Industrie. In der Industrie. In der Industrie. In der Industrie. Sie sagen, dass du nicht informaterklopft. Sagen, dass du keine Petze bist. Lachen. Glaubt sie wirklich, du würdest eine Magisterin helfen. Einer von denen, die dich eingesperrt haben, ihr sagen, dass dein Preis deutlich höher liegt. Okay, das ist jetzt natürlich die Frage, ne, wo ist dein Bier? Unser Preis liegt höher. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich helfen soll. Ein anderer Quellenmagier ist ermordet worden. Uns wurde gesagt, dass wir ein Goldstück als Belohnung erhalten, wenn wir Magister Waters Beweise bringen, wer es getan hat. Gedichtband? Okay, eine Dame aus Dreipolls, die tat mich bethören, sie wollte mich küssen, mein Gebet erhören. Ich nahm an, doch wurde ganz fahl, denn sie war eine Spinne und ich ihr mal. Als es vorbei war und sie sich leckte die Lippen, erhob ich mich. Doch war kurz vorm Kippen, sie bedankte sich und ging so down. Mein Gebet wurde erhört, doch ich schwoll noch an. Jetzt wissen wir das auch, danke für die Info. Hoppla. Lass mal da auch reingehen. Oh yes, oh yes. Loot, wo ist mein Loot? Hat er kurz Essen. Oh, da nimmt er ein Seil mit. Gibt es da noch irgendwas zum einstecken? Das geht da sogar noch wo? Was sind das? Ah, das Goldene auf der Map. Das sind also Menschen. Also beziehungsweise NPCs. Tierfreien. Tierfreien, ja. Wenn wir tierfreien skillen, dann können wir mit Tieren reden. Das werden ja auf alle Fälle skillen. Ein Schlafsack. Du hast einen Schlafsack mitgenommen. Nutze ihn, um auszuruhen, um deine Gruppe zu heilen. Das ist cool. Es ist quasi ein Verbrauchsgegenstand, so wie ich das verstanden habe. Es sind lauter... Lose. Es ist einer von den vorgefertigten Charaktere, den wir spüren heute kennen. Wäre man dann da gestartet wahrscheinlich. Wir haben einen Helm. Wir haben einen Helm. Wir haben einen Helm. Okay, natürlich schalte ich die Rüstung aus. Haben wir schon mal ein bisschen mehr Rüstung. Dass sie gar nicht hinterbleiben. Ich liebe diesen Kuchen schon wieder. Nein, es ist doch so gut. Was ist gerade eine Beleidigung? Laut überlegen, was sie macht. Fragen, ob du dich ihr anschließen darfst. Ich tue laut überlegen. Die Stirn runzeln. Wessen Schicksal entscheidet sie? Lachen. Kann sie auch aus Rinderdärmen die Zukunft lesen? Ich nehme das Erste. Wenn sie Schicksale mit Würfeln besegen kann, dann kann sie dann auch aus Rinderdärmen die Zukunft lesen, beschließen, dass du jetzt besser gehst in den bishersten. Wieso eigentlich nicht? Sie gibt ihr Arm einen vigeren Struck der Lüge, effizient, wie ein Katt, die Grooming. Hm. Du warst in einem Zellar mit anderen Sorcerern. Als jeder schläft, du warst awake, zu denken, jemanden nach Hause. Ein sehr spezieller jemanden. Aha. Du warst... ...reminisierst. ...über den Dingen, die du zusammen gemacht hast. Beschämt zu Boden schauen, das hattest du ganz vergessen. Mit großen Augen zugeben, dass das hundertprozentig stimmt. Sie anfangen, sie hat ja keine Ahnung, wovon zur Hölle sie redet. In dem ist es zweit, hm? Of course it is. The truth's right there. Skin deep. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. Interessant! Interessant! Eifan! Aha, okay! Er riecht ihre Augen an der Magistras Warnung. Der Mann nennen Yifan Beckons. Ihr kennt sich auch ihre Herkunft. Was sag ich denn? Näher zu ihm gehen, Edelmann! Er bestellt dich herbei wie sein Dienstpersonal. Schnauben und ihn ignorieren. Kehrt machen und weggehen. Je näher ran. Dankeschön, Yvonne. Bei Yvonne fragen, warum der Magister ihn des Mordes verdächtigt. Das hier kommt dir nicht wie der optimale Aufenthaltsbereich des Schiffes vor. Nimm das erste. Nur die Unterschiede ist, dass jemand ihm ein größeres Wälder und jetzt ist er Johnny Bigpant. Wenn es hier in dicke Hose ist. Yvonne fragen, was er angestellt hat, dass er der Gnade seines Untergebenen ausgeinfert ist. Sagen, dass du immer noch neugierig wegen des Mordes bist. War er es? Nimm das zweite. Nein, okay. Ich fang fragen, was er angestellt hat, dass er der Gnade ist. Genau, das vorne. Oder? Ich fang fragen, ob er etwas über euer Zu... Nimm das erste. Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich es dir über die Gnade. Die Gnade aus interessierten Partien. Die Gnade? Ich habe viel gehört. Nichts gut. Keine Überraschung da, seit der Bischof Alexander die Show läuft. Ich wundere, ob wir selbst den Ringmaster treffen können. Sagen, dass du Alexander gerne treffen würdest. Du würdest ihm genau vermitteln, was du von seinem verfluchten göttlichen Orden hältst. Yvonne sagen, dass das eine Bekanntschaft ist, auf die du nicht scharf bist. Sagen, dass du nicht an Alexander interessiert bist. Du willst nur die Freudenfeste überleben. Ich nehme das erste. Ich nehme das erste. In den Namen sagen. Sagen, dass du Elektra heißt. Dich weigern, in den Namen zu sagen. Also geben sie nur an beiden! Maj. Victor looks at you suspiciously. Then scrolls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you, as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you! At once! Iphan performt eine elaborate Pantomime, um zu halten, einen Finger in front of his Lippen, als er zurückgekehrt gegen die Wand. Götter Gemma war vorher der Router. Mädchen! Im Sagen, dass er sich zukünftig gut überlegen soll, dich anzureden wie ein Kind. In Fragen, was du dann hören sollst. Sein Anliegen zur Seite wischen und in Fragen, was er über den Mord an Bord weiß. In ihm das zweite Still sein und auf die Geräusche im Schiff lauschen. Im Sagen, dass das Schiff stöhnt wie ein Kranker, sagen, dass das mehr zornig klingt, als wolle es das Schiff zum Kentern bringen. Feststellen, dass die anderen recht geschwätzig sind. Du kannst fast nichts außer dem Geplapper hören. Ihm sagen, dass du nichts Ungewöhnliches hören kannst. Ich nehme das zweite Die Augen schließen und versuchen die Umgebungsgeräusche auszublenden. Das ist die Frage, warum er sich so aufregt. Das war doch nur eine Ratte. Nicken! Du hast es gehört. Was kann das sein? Oh, okay. Ihm sagen, dass er nichts über einen so herrlichen Bart reden soll. Fragen, warum er sich so auf die Freudenfeste freut. Du hast nichts Gutes über den Ort gehört. Feststellen, dass er ein erfahrener Seemann sein muss. Fragen, was die Zahl ihm sagt. Eine Augenbraue heben. Wenn er an einem Fluchtplan arbeitet, willst du dabei sein. Nichts sagen, sondern gründlich ansehen. Vielleicht willst du ihn in der Freudenfeste nochmal wiederfinden. Und dann gehen. Ich nehme das Erste. Ey, nee, shit. Na, komm schon. Ich hoffe, wir haben gar nicht noch die Dünste genommen können. Ich hoffe, wir haben noch den Moor. Ich hoffe, wir haben noch die Kinder. Ich bin sicher. Ich bin besser als die Dünste. Oh, das ist sicher. Ich bin besser als die Dünste. Ich bin besser als die Dünste. Ich bin besser als die Dünste. Ich würde mich recht verastet. Ich würde mich glücklich sein, wenn ich ein Herrschl habe. Ich würde mich freuen, wenn ich ein Dünste hatte. Geliebte Gattin, okay. Mitspielen und grinsen mit ihren Arm nehmen. Den Kindern sagen, dass sie sich geirrt haben müssen. Die Kinder anblinzeln. Wer ist lose? Sagen, dass sie dich offenbar mit jemandem verwechselt. Den Haufen dreckiger Kinder betrachten und feststellen, dass sie dir durchaus etwas russläufig vorkommen. E. Nimm fürs Erste. Sagen, dass das stimmt. Ihr die Hand schütteln. Los, nimmst du an. Fragen, ob sie keine Begleiter in ihrem Alter finden konnte. Sagen, dass dir im Überleben gerade mehr gelegen ist als in der Haltung. Und ich nehme das Erste. Über den Mordfragen. Sagen, dass sie sich mit dir zusammen umsehen sollte. Ihr könnt auf einander aufpassen. Okay, sehr unheimlich. Wow, was macht das jetzt? Okay. Okay, man, Oli. See. See, good. Okay, gibt's denn da nur was? Da kann ich nur reinschauen. Magister Jalen. Ihn fragen, was er wissen will. Ihm deinen Namen sagen. Okay, kann ich nix nachreden mit ihm. The Elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up. His big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out, flicks a finger against one of your scales and rubs his chin. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Ihn geschockt anstarren und fragen, was zur Hölle er glaubt da zu tun. Fragen, ob das Buch, das er liest, gut ist. Er scheint total darin versunken zu sein. Fragen, mit wem du sprichst, im Grinsen die Haare zersausen. Oh, das ist das, was mich interessieren. Im Grinsen die Haare zersausen. Im Neugierig ansehen, du bist dir nicht ganz sicher, ob er versteht, was hier geschieht. Du bist verwirrt. Wer ist das? Nach seinen Buchfragen, es scheint ihn ja wirklich zu fesseln. Ihm von dem Krieg zwischen göttlichen Orden und Schwarzen Ring erzählen. Der hat alles andere in den Schatten gestellt. Damit prallend, dass das alte Reich über den gesamten Verlauf der Geschichte hinweg bestand hatte. Selbst im Angesicht der göttlichen Ordens gerät es nicht ins Wanken. Und das Zweite. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No. I want to know about the celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Zugeben, dass man manche Dinge einfach nicht weiß? Wenn skeptisch anschauen, die Götter sind Naturgewalten und haben keine Geschichte. Fragen, warum er so neugierig auf die Götter ist. Ich frage ihn, warum er so neugierig ist. Ich frage ihn, warum er so neugierig auf die Götter ist. Hier ist der Registrier, ma'am. Gut, gut. Magister Williams hat gerade mit dem letzten Passagier gemacht. Sind Sie so gut und okay? Ihm sagen, dass es mit dir alles in Ordnung ist. Sagen, dass du schon Schlimmeres erlebt hast. Fragen, ob ihn das wirklich interessiert. Und fragen, ob mit ihm alles in Ordnung wäre. Wenn er einen Halsring wie ein Hund hätte. Mit einer Leiche und einem Mörder zusammen eingesperrt wäre. Das nehme ich. Nein, ich möchte nicht rein gehen. Nein, 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 nein. Ich habe mit denen, mit meinen Exenkollegen noch gar nicht geredet und so kurz gesagt. ok ich hab irgendwo egal, ich hab irgendwas aufgelacht was ist das? was haben wir hier? ein freshes Gesicht in diesem stalen Kopf der Lizard schaut dich auf und runter, wie ein Farmer würde ein Fetching-Horn all of a sudden, er greift dich firmly bei der Kinn mit der Intent, inspecting deine Teeth ich nehme das zweite ich inspecte deine Teeth in case that wasn't spectacularly obvious hmmm there's some discoloration, but I've seen worse after all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this now then, to business you will answer me three questions the first one is this can you cook? nicken im sagen, dass du in der Küche sozusagen zaubern kannst kochen ist dein Ding dass du dir schweifst in der Küche ich kann mich nicht betrachten beim Lachen und sagen dass du kaum Spanferkel von Steckblumen unterscheiden kannst ihm sagen, dass du seine Formalitätenfragen nicht beantwortest naja, Zaubern in der Küche ist übertrieben ihnen das zweite oh, Gehlein nein nicht und nicht nennen den Dämonen der Teeth ten die sind Auf die zweite Frage. Kannst du mit einem Stück Sattel in einen Baron verwandeln kannst, einen Daumen durch Einserlöcher in deinen Kleidern stecken und loben, wo sie einen im Sommer kühl halten? Wie sie einen im Sommer kühl halten? Ja, das nehme ich. Ein Bag ist so gut wie ein Shirt-Kindes-Style. Auf die letzte Frage. Hast du die Möglichkeit, die Aufkühlung eines persönlichen Appearances zu ermöglichen? Die delikten Art der Kosmetik ist, was ich nachher bin. Sagen, dass du gewiss persönlichen Stolz hast. Du bist mit Kämmen, Pudern und Verförens. Auf du und du. Dich am Kinn kratzen und ihm sagen, dass du dich zu erinnern versuchst, wann du zuletzt gebadet hast. Welchen Monat haben wir jetzt? In dem das erste? Ich habe nicht gesagt, dass ich kochen kann. Traurig gucken und ihm sagen, dass du sehr enttäuscht bist. Ihn verständnislos anstarren. Was, bitteschön, sollst du für ihn sein? Ihm sagen, dass du ihm gerne eine kleben würdest. Das du ihm. Du solltest wahrscheinlich kommen zu Ende mit dem, dass du eine halbe Meinung hast, vollstopp hast. Du wirst niemals aufslaufen, mit Manners wie das. Aber noch nicht, wunschst du deine Fähigkeiten hast, und ein Tag, du kannst du für eine Position in einem Lesser-Haushold als ich. Du wirst du schon so träumen, hörst du? Ich habe nicht gesagt, dass du sie nicht so träumst. Ich habe nicht gesagt, dass du sie nicht so träumst. Ich habe nicht mehr als Ruhl zu servieren. Ich kann etwas mehr finden. In der Zwischenzeit, die Magisteren feiern auf honeid meat, hinter dieser sehr wall. Die Indignität! Du denkst mich mal! Da ist noch was. Das hat einen Schritt. Ich kann etwas weg. Welche Nachdenken.